Nein, 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 komm schon, bitte. Blumex, ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt. Ich werd Alpha-Stein gleich so killen dafür. Ich werd ihn gleich so killen, Leute. Oh mein Gott, Leute, wir sprengen die Alpha-Klasse. Hey, und Leute, Cramax hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel 2.0, Leute. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind hier gerade in unserer Luxus-Villa in Paul Berger Hills, Leute. Und heute ist mal was ganz Besonderes geplant. Und zwar, ihr wisst ja alle, dass wir aktuell Beef mit Alpha-Stein und mit seinem Alpha-Clan haben. Und ihr wisst ja auch aus der letzten Episode, dass wir einen Spion haben, um Alpha-Stein auszuspähen. Und dem werd ich jetzt mal schreiben, Leute. Und zwar, Leute, ist das ja der gute alte Blumex. Der ist ja unser Spion. Komm in meine Villa. So, weil das Ding ist ja, Leute, ich hab Blumex in der letzten Folge erwischt, wie er Diamanten von mir geklaut hat. Und dann haben wir ihm die Wahl gegeben. Entweder er wird jetzt mein Spion oder, Leute, er wird uns die ganzen Diamanten zurückzahlen, wie er will. Okay, er flüstert. Ja, bin auf dem Weg. Okay, sehr gut, Leute. Lumex wird gleich zu uns kommen. Und ich hoffe, der kann uns jetzt mal verraten, wo Alpha-Steins geheime Base ist. Oh, da unten kommt er schon angelaufen. Ich seh ihn doch schon, Leute. Wehe, der hat jetzt hier keine Infos für uns, Leute. Dann gibt's Ärger. Okay, der soll jetzt erstmal hier streng geheim in mein Haus kommen. Ich will jetzt heute erfahren, wo der Alpha-Clan seine Base hat. Lasst ein Like und ein Abo dafür da, Freunde. Hallo? So, ja, Lumex. Komm rein, Junge. Ähm, ja? So. Was geht, Mann? So, warte mal. Komm schnell in meinen geheimen Kellerraum. Niemand darf uns hören. Das ist streng geheim, was wir jetzt hier machen. Streng vertraulich. So, schnell, schnell, schnell runter hier. Du hast ihn noch gar im Keller. Ach so, du kennst ihn hier noch gar nicht. Ja, egal, komm mit. So, wir dürfen auf jeden Fall nicht belauscht werden. Okay, also. Lumex, was hast du bis jetzt rausgefunden? Äh, ja, stimmt. Wir hatten ja, da war ja was. Ähm, also, ich bin dir ehrlich. Ja? Ich, 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 ich hab das ja nichts rausgefunden. Aber, das hat seinen Grund, weil... Wie, du hast du nichts rausgefunden, das... Ja, hör mir zu. Ich, ich, ich glaub, das Schild wird nicht ausreichen. Wenn ich zu ihm gehe und ihm das zeige, er wird das rausfinden. Ich meine, ich kann das ja auch von... So, Lumex, mir reicht's. Okay. Mitkommen. Äh, nein, komm schon! In die Lava rein. Nein, 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 komm schon, bitte. Lumex, ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt, du hast mir sieben, du schuldest mir sieben Diamanten. Und ich hab dir vor dem Wochenende schon gesagt, du musst was rausfinden für mich. Sonst bist du für mich als Spion leider echt nicht zu gebrauchen. Ich verstehe, aber hör mir jetzt zu, ich hab mir einen Plan gemacht. Ich weiß, wie ich dir Informationen liefern kann. Ach. Aber ich brauch dafür deine Hilfe. Dann geh von der Lava weg. Okay, danke. Okay, ja, was, wie hast, was hast du dir vorgestellt? Schau mal, ich hab einen doppelt so guten Plan wie beim letzten Mal. Guck mal. Und zwar... Okay, okay. Ich hab einen geheimen Trick rausgefunden, aber das darfst du keinem verraten. Einen geheimen Trick? Was denn für ein geheimer Trick? Hör mir zu. Ja. Es gibt eine Möglichkeit, wie ich deinen Kopf bekommen kann, ohne dich wirklich zu töten. Wie jetzt? Also richtig meinen Kopf hier vor meinem Skin? Ja, ich hab deinen Kopf und den werd ich Alphastein geben. Boah, okay. Und dann... Und dann... Oh mein Gott. Du musst mich auch noch einmal wirklich hier killen und dann sieht er das doch im Chat. Ja. Der ist sogar gerade online, der sieht das dann. Okay. Boah, okay. Dann, ey, aber dann wird er dir 100% glauben. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, safe. Und er hat mir auch gesagt, er hat mir geschrieben, dass wenn ich ihm einen Kopf bringe, wird er mir seine Geheimbase zeigen. Ach, das hat er dir gesagt? Ja. Ja, ja. Oh mein Gott, dann würden wir endlich wissen, wo Alphasteins Geheimbase ist. Okay, wie funktioniert das? Du musst mich dafür einmal killen, ne? Äh, ja. Also am besten zieh deine komplette Rüstung erstmal aus. Ja. Warte mal, ich packe mein Zeug hier mal kurz weg. Zack, zack, zack. Packen wir natürlich in der Ender-Chest nicht, dass Lumex uns hier noch abzocken kann. Nein, ich bin doch jetzt einer von euch. Ich klau nicht mehr. Ja, das werden wir noch sehen. Das muss ich erstmal noch rausfinden. Ob ich dir vertrauen kann. Nein, ich klau absolut... Oder ob du noch zum Alpha-Clan gehörst. Nein, nein, nein. Ich klau nur noch beim Alpha-Clan. Ja, so oft wie du deine Seiten wechselst, weiß ich ja nicht. So. Nein. Okay, Lumex. Ich hab 33 Level. Kann ich meinen Kopf dann wieder aufheben? Weil dann krieg ich die Level, ja. Ja, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube schon. Na egal, ey. Alles, alles um den Alpha-Clan zu stoppen. Okay, dann kill mich. Okay. Kill mich, alles gut. Nein, wir brauchen erst noch ein paar Items und dann brauchen wir einen Pisten. Wir brauchen einen Pisten dafür. Das ist doch kein Problem. Sag das doch direkt. Einen Pisten brauchst du, okay, ja. Das ist streng geheim. Du darfst diesen Ding heim verraten. Ja, okay. Wie baut man denn eine Pisten nochmal? Ich hab Eisen und Holz oder so, ne? Äh, Redstone brauchst du, glaub ich, noch dafür. Redstone. Oh, ich hab gar kein Holz hier. Hast du Holz? Äh. Sag mir bitte, du hast Holz. Ich hab oben Holz. Wie oben? So, okay, Leute. Also, ich weiß nicht, was Lumex mir jetzt hier für einen Trick zeigt. Meint ihr, wir können dem vertrauen? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir brauchen jetzt erstmal noch ein bisschen Holz und Pistons. Man, irgendwie braucht man Pistons dafür, okay. Ah, okay. Komm schnell mit, komm schnell mit. So, weg mit dem. Ja, okay. Wo flitzt der denn hier jetzt rum? Komm, ist das hier deine Base oder was? Nein, ich hab hier nur ein paar Sachen gelagert. Schau mal. Oh, was ist das denn hier? Wie krass. Und ist das dein Lager oder wem gehört das? Ich weiß nicht. Ich hab da noch meine Sachen reingemacht. Ich glaube nämlich fast, dass es gehört irgendjemandem hier. Aber egal. Okay, komm. Wir gehen wieder in meine Base. Ah, okay, okay. Können wir auch mal. Oh mein Gott, Leute. Wir werden heute Alphasteins geheime Base finden. Also, bleibt auf jeden Fall dran, um nichts zu verpassen. Ich hoffe, der Plan von Lumex und mir wird jetzt aufgehen. So, okay. Dann kommt mal wieder. Lumex, komm in den geheimen Keller. Da los, schnell. Ich komm, ich komm, ich komm. So, okay. Gut. Also, wir brauchen eine Pisten dafür, sagst du? Ja. Eine Pisten, eine Hebe und einen Block. Warte, Pisten. Du musst mal sagen, wie man das baut. Wie war das denn nochmal? Oder war das so, zack, irgendwie im Totalenlost. Ja, drei Holzblöcke. Dann in die Mitte muss ein Eisen. Ja. Unten ein Redstone. Und dann Stein außenrum? Ah ja, okay. Außenrum Koppelstone. Haps, haaps, haaps. Ja, okay. Und jetzt? Einen Hebel brauchen wir noch. Einen Hebel. Okay. Das weiß ich, wie es geht. Das ist so krass, ne? Und wie und dann hast du meinen Kopf, oder was? Ja, ich kann deinen Kopf sogar aufsetzen. Okay, Hebel, Kolben und dann? Was noch? Das war's, oder was? Das war's. Jetzt müssen wir nur was Schlimmes machen. Es tut mir leid, aber ich muss dich dafür töten. Alles gut. Alles, um den Alpha-Clan zu stoppen. Warte, ich packe hier mein Zeug noch schnell weg. Alles für den Alpha-Clan. Also, ich meine gegen den Alpha-Clan. Alles gegen den Alpha-Clan. So, okay. Lumex, du darfst. Bring's hinter dich. Okay. Ey, aber Alpha, stellen wir das auch im Chat lesen. Das ist eigentlich gut, so. Ja, deswegen, das ist voll gut. Der glaubt dir dann. Aber warte, mach hier noch ein Bett hin, dass du einen Respawn-Point hast. Ja, ich hab oben, oben mein Bett. Okay. Okay, komm, mach's. Bring's hinter dich. Bist du bereit? Ja, ich brauch einen Schluck Paulberger-Limo. Es tut mir leid. Ah! Ah! Oh mein Gott. Okay, Leute, Lumex hat durchgezogen. Er hat mich gekillt. Das steht jetzt im Chat, das ist gut. Jetzt wird der Lumex hundertprozentig vertrauen. Und dann wird er die Base rausfinden. 31er. So. Okay. Okay, ich schreib auch ein bisschen in den Chat. Alpha Clan, das gibt Rache. So, perfekt, perfekt. Der wird das hundertprozentig glauben. Ja, ja. Okay, was jetzt? Pass auf, pass auf. Und zwar, wir machen jetzt hier einen Kolben hin, okay? Aha. So, dann brauchen wir noch einen Block. Zack. Okay. Und jetzt muss hier noch ein Hebel hin. Okay. Bist du bereit? Ja. Pass auf, drei, zwei, eins. Zack. Junge. Alter, Kopf ohne ein Crymex, wie krass. Ja, und du kannst dir eine Alters wieder rausnehmen, wenn du noch welche hattest. Alter. Warte mal, kann man das jetzt abbauen und ich kriege meinen Level wieder? Ja. Ja, wuhu. Level 30 sind wir auch wieder. Alter, wie krass ist das denn? Gib mal den Kopf, ey. Ja, zieh den mal auf. Pass mal auf. Yo. Geben jetzt ein Crymex. Alter, du bist einmal ein Crymex. Okay, das ist krass. Das ist krass. Okay, okay. Warte, ich hab eine Idee. Ja. Ich schreibe jetzt kurz Alpha Stein, dass ich mit ihm reden will. Okay, sehr gut. Dass ich dich halt mäßig jetzt... Dann zeigst du ihm das Schild, meinen Kopf und im Chat stand das ja. Ey, aber dann musst du mir wirklich sofort sagen, du musst rausfinden, wo die Base ist, Lumex. Jetzt wirklich, letzte Chance jetzt. Ja, ja. Ich will jetzt sofort wissen, wo die Base ist und dann kommst du gleich zu mir und schreibst ihm wieder in den Chat. Okay. Okay, super, dann zieh los. Du kannst doch auch mitkommen, wenn du willst. Du kannst ja hinterherschleifen. Ah, okay, gute Idee eigentlich, ja. Okay, lass uns das machen, ich komm mit. Warte, ich ziehe dafür mal meine Rüstung an. Ich glaub, er springt drauf auf, er hat geschrieben, oh mein Gott, schau mal. Oh, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich werd mir heute Alpha Stein so packen, Leute. Oh mein Gott, der wird sich heute so gepackt, so zack, Beile mitnehmen, Goldäpfel nehmen wir mit, Totem nehm ich mit. Jetzt gibt's Beef, jetzt gibt's hier richtig Ärger. So, TNT nehmen wir auch noch schön mit. Ui, 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 Leute. Ja, das wird jetzt knallen. Das wird jetzt hier knallen, jetzt ist Spaß vorbei. Jetzt ist hier Schluss mit Lustig. So, Goldäpfel, alles, Leute. Alles haben wir dabei. Schild hat Lumex gerade, okay. Aber das reicht ja fürs Erste. Okay, komm, let's go, let's go, let's go. So, Lumex, let's go. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wo will er sich mit dir treffen? Äh, warte, ich schreibe mir kurz ne Message. Lumex, siehst du das da hinten? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist das denn? Das ist ne riesige Paul-Berger-Limo-Dose. Oha, wer hat das denn gebaut? Ey, das muss ich mir einmal anschauen. Ey, wie krass ist das denn? Ey, das muss ich mir einmal anschauen jetzt hier. Yo, Alter. Junge, wie heftig. Ist hier jemand? Wer baut das denn? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Hä? Da kommt von oben jemand runter. Hä? Wer ist das denn? Hallo? Wer ist das? Mach du kurz weiter. Ich muss zu Alpha-Stein. Okay, dann geh du zu Alpha-Stein. Ja, sag dann Bescheid. Hallo? Was geht? Ey, hast du hier diese Limo-Dose gebaut? Das ist ne aller echte. Die originale Paul-Berger-Limo. Nein. Oh mein Gott, wie krass. Dann sieht der Alpha-Tower auch gleich viel besser aus. Ja gut, ich glaube, nichts kann den Alpha-Tower retten, aber es ist natürlich trotzdem ein schöner Anblick. Ey, das sieht richtig heftig aus. Wann hast du die gebaut? Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Gerade eben erst? Alter. Das ist ja, also... Ey, Elina, das ist richtig korrekt von dir. Ähm, warst du zufälligerweise in deiner umgedrehten Villa neulich? Ähm, ich hab gesehen, da ist ein bisschen kaputt. Ja, ja, da gab's leider so einen kleinen Kurzschluss und dann irgendwo ist alles explodiert. Aber weiß man auch nicht, wer dahinter steckt? Nee, keine Ahnung. Hm. Ich kann dir natürlich gerne... Wenn ich was höre, sag ich dir Bescheid, wer der Übeltäter war. Achso, okay, das wär cool. Ey, Leute, oh mein Gott, und wir haben hier noch einen Prank gemacht. Mach die nochmal ein bisschen hübscher. Ja, alles gut, passt schon. Also, ich muss sagen, die sieht echt hammermäßig aus. Richtig krass. Hast du auf jeden Fall was Gutes, Elina? Kann ich dir was Gutes tun? Brauchst du noch was? Krieg ich Paulberger Limo? Die ist überall ausgerkauft. Äh, sag mir deine Adresse, ich schick dir ein Paket zu. Ellie? Machen wir nach der Aufnahme, okay? Oha, ja, das wäre cool. Ey, super, vielen, vielen Dank. Ja, es sieht echt gut aus. Dann viel Spaß noch. Aber Max, wir müssen los, wir müssen uns beeilen. Ja, ich bin auf einer geheimen Mission. Tschüss, Elina, tschüss. Jo, ciao. Okay, Leute. Ich hab Alpha-Sterni geschrieben, wir treffen uns im Alpha-Tower. Versteck dich irgendwie im Alpha-Tower oben. Ja, trefft ihr euch oben, oder was? Nicht, dass der jetzt schon da ist und mich sieht, weißt du? Nein, nein, er meinte, er kommt jetzt. Okay, okay, alles klar. Ey, aber Leute, checkt auf jeden Fall mal Elina aus. Lasst mal ein bisschen Liebe da für die Limo-Dose. Die sieht echt richtig krass aus. Hat sie wirklich gut gemacht. Wirklich cool, das freut mich. Oh, mein Gott, wir fallen hier runter. So, okay, okay. Jetzt müssen wir uns aber erst mal um das Thema mit Alpha-Stein noch kümmern. So, wir sliden jetzt hier mal direkt hoch, Leute. Woo! Ah! Ah! Na! Au! Ich bin echt tot. Oh mein Gott, warte, warte, warte. Was machen wir hier, Bro? Oh, Mann, ey. Die Undercover-Mission. Das ist echt eine Undercover-Mission. Oh, hier oben sind ja sogar Glasfenster. Warte, ich geh hier rein. Oder soll ich aufs Dach gehen? Ey, geh aufs Dach, dass du uns hörst. Mach ein Loch oben rein, dass du uns siehst. Okay, warte, warte. Ich mach hier einmal Dreizack-Action. Oh, ey! Oh, das geht nicht. Ja. Wow! Okay. Lumex, hörst du mich noch? Check, check. Ich hör dich, ich hör dich. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin hier oben auf Position. Okay, siehst du uns? Okay, sehr gut. Das ist perfekt. Sieht man mich auch nicht? Oder ist das zu auffällig hier? Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Oh, stark, Leute. Guck mal, von hier werden wir jetzt Alphastein belauschen. Der Plan wird so krass aufgehen, ich sag dir. Ich glaub auch. Also, wenn das nicht aufgeht, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, Leute. Lumex ist jetzt wirklich... Alter, wie krass sieht Paul Berger Hills von oben aus? Okay, jetzt müssen wir nur noch kurz auf Alphastein warten und dann werden wir das Ganze mal belauschen. Oh mein Gott, da ist er, Leute. Er kommt, er kommt. Yo, hast du das auch gelesen? Ich hab ihn niedergeschlagen, Junge, mit meinem Schwert, Alter. Oh mein Gott. So nice, wo ist deine Rüstung? Ich brauch die nächste Mal drüste von ihm. Also, ähm, eine Rüstung hab ich nicht, aber ich hab was viel besser ist, okay? Er will meine Netherite-Rüstung der Ehrenlose. Rüsten! Oh mein Gott, wir belauschen jetzt Alphastein und Lumex. Für das Paul Berger Ritterschild. Okay, er zeigt ihm das Paul Berger-Schild. Ja, das Schild von Max persönlich oder was? Das ist mein persönliches Schild. Das haben wir letztes Mal schon Lumex gegeben. Aber das musst du mir übergeben. Ich geb dir das. Er will mein Schild haben, der Eklige. Das ist erst der Anfang. Ich hab einen viel besseren Beweis. Rüsten! Okay, jetzt gibt er in meinem Kopf. Bist du bereit für den Kopf von iCrymax? Was? Du hast sogar den Kopf, das ist doch richtig selten, dass man den kriegt. Hier, guck ihn dir an. Da ist er. Guck mal, wie er sich freut. Du bist da oben. Du gib mal kurz den Kopf. Oh, 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 oh. Nein, hör mir zu, ich hab mir dir jetzt den Kopf gebracht. Ja? Ja? Ähm, danke, dass du dir den Kopf gebracht hast. Ich freu mich sehr. Das werde ich mir zu Hause aufhängen. Ja, aber warte, stopp. Der muss jetzt rausfinden, wo die Geheimbase ist. Das heißt, du kannst mir jetzt auch sagen, wo deine Geheimbase ist. Ich mein, ich hab mich ja jetzt hier bewiesen. Die Geheimbase! Ja, die Alpha Base! Du musst jetzt die Geheimbase zeigen. Leute, ich will wissen, wo die Geheimbase ist. Okay, ich muss sagen, du hast dich hier gut durchgeschlagen. Du hast die Aufgabe erfüllt, die ich haben wollte. Ja, 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 ja. Du bist jetzt, glaub ich, ein offizielles Alpha-Clan-Mitglied. Alpha-Clan! 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 Okay, Lumix macht das richtig gut, unser Spion. Okay, ja, äh, und kannst du mir jetzt die Koordinaten von der Base geben? Nur damit ich sie weiß. Ich schreib die nicht, wir gehen da zusammenbähen. Boah, die gehen da zusammenbähen. Okay, das heißt, er wird mich bei euch zeigen. Ich komm nach, okay? Du hast wirklich sonst nichts von deinem Crymax? Ich brauch noch seine Rüstung oder irgendwas. Nee, ich hab... Boah, Leute, der eklig, wenn wir meine Rüstung haben. Ich werd Alpha-Stein gleich so killen dafür. Ich werd ihn gleich so killen, Leute. Ich hab ihn in eine Falle gelockt. Vertrau mir, ich hab das hinbekommen. Boah, ich hab eben die Falle gesehen, die ist richtig krass. Ich bin auch reingefallen. Ja, 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 ja. Alter, er denkt, er hat mir eine Falle gebaut. Ich sag jetzt, wo die Geheimbases kommen. Okay, ja, ich komm nach. Okay, let's go, let's go, let's go. Sehr gut, sehr gut. Ja, 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 okay, okay. Ich komm, ich komm, ich komm. Lumix, hast du sehr gut gemacht. Ich glaub, er zeigt mir jetzt die Base. Ja, ja, wichtig, wichtig, wichtig. Okay, komm, geht du vor. Er darf mich nicht sehen. Leute, wichtig. Jetzt werden wir endlich Alpha-Stein-Space, seine Geheimbase finden, Leute. Okay, ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass er uns nicht sieht. Lumix muss zuerst runter. Er darf mich jetzt nicht sehen. Ich muss mit einem guten Abstand bleiben, damit das nicht auffällt. Los, Lumix, schneller. Let's go. Yo, du siehst ja wie ein Crymax jetzt aus, Mann. Ich seh überhaupt nicht schön aus, oder? Nee. Alter, der sagt, ich seh schrecklich aus, weil er meinen Kopf auf hat. Lumix, komm mit, zeig mir die Geheimbeil. Oh, oh, okay. Jetzt gut aufpassen, jetzt gut aufpassen, Leute. Okay, komm mit, komm mit. Jetzt gut aufpassen, was machen die das? Ich hab mit Dreizack, alles gut. Mit Dreizack? Was machen die da? Die sind da zum Wasser gegangen, die sind da zum Wasser gegangen. Okay, ich zeig ein. Jetzt fahren die mit dem Boot. Wo fahren die denn hin? Let's go. Yo. Okay, wir müssen jetzt schnell hinterher unter Wasser, damit der mich nicht sieht. Schnell hinter Wasser hinterher. Oh mein Gott, das ist, Leute, wir sind hier richtig auf geheimer Mission heute unterwegs. Rückstoß. Wir sind unter ihm, wir sind unter denen im Boot. Nice, und die wissen einfach nicht, dass ich die grad verfolge. Ey, was Lumix dem erzählt, er erzählt ihm, dass er uns so fertig gemacht hat. Der Alpha-Clan, Leute. Noob-Clan ist das. Wir sollten ein bisschen weiter unter Wasser bleiben. Ey, wie die sich fühlen, wie die sich fühlen, Leute. Aber ich muss nur kurz einmal Luft holen gleich. Ich muss gleich unbedingt Luft holen. Kurz Luft holen, Leute. Kurz Luft holen. Tauchen, tauchen, tauchen. Er darf uns nicht sehen. Er darf uns nicht sehen. Hallo, Alpha-Stein? Er darf uns nicht sehen. Was ist da los gerade? Was ist los, glaube ich? Alpha-Stein. Ich glaube, Alpha-Stein hat technische Probleme gerade. Okay, er fährt weiter, er fährt weiter. Was machen die denn da? Okay, schnell unten bleiben, schnell unten bleiben. Die wollen abhauen, die wollen abhauen. Wir lassen sie natürlich nicht entkommen. Leute, wie weit ist denn Alpha-Steins Base weg, Leute? Nein, Enter hat gerade eingeloggt. Der ist doch auch hier in Gehilfe von Alpha-Stein. Okay, wir müssen jetzt gleich aufpassen. Wenn der auch da ist, dann könnte es gefährlich werden für uns. Wir sind hier richtig Spion auf Undercover-Mission. Der fährt hier einmal komplett um die ganze Insel, Leute. Oh mein Gott, Leute, die sind hier gerade an Land gegangen. Die sind hier gerade an Land gegangen. Die sind doch hier ganz in der Nähe von der Bergerburg gerade. Hä? Leute, da oben ist doch irgendwo die Bergerburg. Ah, die ganze Zeit die Alpha-Stein-Base hier in der Nähe von der Bergerburg? Okay, wir müssen hinten dranbleiben. Ich darf die jetzt nicht verlieren hier. Die da vorne. Aber trotzdem müssen wir genug Abstand halten, dass das nicht auffällt. Ja, ich mach das doch mit Absicht. Los, los, los. Ah, da bin ich, Alpha-Stein. Ah, komm in, komm in, Bro. Okay, okay, okay. Ich lass ja mit Absicht hier so viel Abstand. Ich bin doch Profi-Spion, damit das nicht auffällt. Ich bin richtig gut im Verfolgen. Wo laufen die denn hin, Leute? Ich check's gerade nicht. Oh mein Gott, Leute. Die laufen hier in die Höhle rein. Hier unter der Bergerburg gehen die gerade in so eine Höhle rein. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Da müssen wir jetzt rein. Ja, okay, ist nicht die größte Base, aber es ist eine Base. Guck mal in die Kisten rein. Was will ich denn hier rein? Wie krass. Der hat da seine Kisten. Der hat da seine ganzen Kisten, Leute. Nether-Ride, Diamanten, alles. Guck mal, da ist die Errüstung drin in der Kiste. Alphastein. Ich muss da jetzt, Leute, die Koordinaten. Wir haben die Koordinaten unter der Bergerburg ist das. Kannst du auch ein Zimmer bauen irgendwo. Mach nicht mal Platz. Mach auch nicht mal rein. Okay, ich muss sie hier belauschen. Ich richte mir eins ein sofort. Bin gleich da. Wo packen wir Kramix Kopf hin? Hier ist es. Okay. Okay, Max, Max, Max. Er ist jetzt da. Ja. Wollen wir ihn angreifen? Was soll man jetzt angreifen? Ich muss ihn fertig machen direkt. Ich habe keine Chance. Ja, ja. Das ist ein guter Moment. Vorname ist nicht, Max. Was redest du? Ich habe eine gute Idee. Du, Max, ich heiße ich mal. Geh rein, geh rein, geh rein. Okay, okay. Hallo? Äh, Alphastein, ich bin da. Ich heiße ich, Max, mit Vorname. Was redest du? Ich spreche mich mal. Ich spreche mich mal. Du kennst mich doch. Ich spreche mich mal. So, okay. Guck mal, wie schön der Kopf da ist. Es ist doch voll schöner. Es ist so krass. Wir haben einfach jetzt den Kopf von der Climax-Ding. Alphaclan. Wir sind so platt gemacht, man. Let's go. Aber ich wollte hier zu viel verhochsetzen. Oh mein Gott, Leute, wir sprengen die Alphaclan. Nein! Ebergegen! Ebergegen! Eingriff! 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 Ich habe nichts erreicht. Boom! Eingriff! Was war das, Lübenk? Du wurdest hinter... Du wurdest hintergangen. Du wurdest besiegt, Junge. Alphaclan. Eingriff! Eingriff! Oh nein! Eingriff! 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 Nur Max, Zugriff! Hol den Vogel! Jääh! Raus hier, Max! Hey! Raus hier! Raus hier! Raus hier! Mach ich flördeufe! Verschwinde, Max! Oh mein Gott! Wir werden dein Auto kaputtmachen, lassen sich Trache geben, ey. Eingriff! Das ist gefährlich! Mach es gefährlich! Mach es �e! Ich muss hier los! Ich muss hier los! Oh mein Gott, was war das denn? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben Lumex verloren. Ich glaube, wir haben Lumex verloren, Leute. Ich habe 13 antiker Schrott von denen. Ich habe richtig viel Netherite von denen geklaut. Alphastein, hör mir zu. Hör mir zu. Du hast dich mit dem Fallstang gelegt. Ich habe meine Spione überall, Junge. Was ist das? Was haben wir getan? Was du getan hast? Was? Fragst du ernsthaft, was du getan hast, Junge? Was kann er denn dafür? Guck mal an, der kann doch gar nichts da rüben. Also ich sage es mal so. Guck mal, was ich in meiner Hand habe. Gibt es? Ich habe 13 antiker Schrott, Junge. Das habe ich gefahren. Gibt es wieder? Ich werde jetzt erst mal mein ganzes Werkzeug mit Netherite machen. Max, bitte. Komm schon. Du hast schon alles genommen. Mehr haben wir nicht. Wo sind unsere Dears? Du hast mir meine Dears aus dem Casino geklaut neulich. Ich habe die wiedergegeben im Video. Ich habe alles gesehen. Ja, weil wir dir eine Falle gebaut haben. Du bist so unkorrekt. Ein Crymax. Ich habe eine Idee. Alphastein, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Guck mal, der Loot von Lumex ist doch noch da unten, oder? Der ist doch gestorben, oder? Ja, da liegt die ganze Rüstung. Ja, okay. Lumex, dein Zeug gegen dir. Und ihr kriegt den antiken Schrott wieder. Gebt den antiken Schrott, dann hauen wir ab. Ja, erst wenn Lumex sein Zeug wieder hat. Warte, warte, warte. Lumex, komm her, dein Zeug holen. Warte, Ente. Ich gebe euch das Netherite, wenn er sein Zeug wieder bekommt. Was machen wir jetzt, Ente? Wir brauchen nichts, Ente. Das ist ein fairer Deal. Ja, wir sind in der Falle. Wir könnten nichts machen. Also, du brauchst keinen Flugweg. Meine Spitzack ist fast kaputt. Das ist ja echt eine krasse Base, die ihr da habt. Nicht. Was ist das? Sie ist sogar noch mal eine Dearrüstung, Mann. Der Alpha-Clan sind solche Noobs, Leute. Ja, ihr kriegt doch eure Sachen wieder. Leute, guck mal, hier ist ein Creeper. Den kann ich da reinlocken. Du hörst deinen Kopf, der geht gleich. Creeper! Lumex, ey, warte, Lumex. Ey, stopp, ey. Ey, wenn ihr Lumex angreift, dann werde ich euer antiken Schrott jetzt behalten. Bring uns das nächste Reit, Lumex. Genau. Lumex, hol dir deine Sachen wieder. Dann gehen wir. Ey, gib es uns die nächste Reit zuvor. Stück für Stück. Guck mal, hier schon mal zwei Stück. Ey, sammel auf, sammel auf, Ente. Lumex, hol dir schön dein Zeug erst mal. Ja, so. Nicht, dass die dich hier ausrauben. So, vier. Hast du die platt gemacht? Ja, klar, Junge. Du hast gar nichts gemacht, Lumex. Du verrät da. Was hat man? Du bist nicht mehr sich auf der Insel, Lumex. Lumex hat Schutz von mir. Genau. Okay, Lumex, komm hoch hier. Lumex, komm hoch. Komm, komm, komm. Ey, gib den Artikeln Schrott jetzt. Wir gehen hierher. Ja, ihr kriegt alles. Ich gebe euch alles wieder. Stopp, stopp, jetzt alles. Er hat alles. Okay. Lass niemand sich mit uns an, Junge. Komm, Lumex, raus hier, raus hier, raus hier. Wo ist dein Tiger Schrott? Den letzten kriegt ihr jetzt, wenn wir hier raus sind. Hier, komm, los, wir hauen ab, Lumex. Lumex, bitte, Lumex. Bevor die uns verfolgen. Lumex, bitte, Lumex. Lumex, bitte, Lumex. Lumex, bitte, Lumex. Lumex, bitte, Lumex. Lumex, bitte, Lumex, bitte, Lumex. Lumex, bitte, Lumex, bitte, Lumex. Wasserfasel. Bro, die Hälfte von seinen Dias... Die Hälfte von seinen Dias hat er aus meinem Casino geklaut, Junge. Wo jetzt, Junge? Komm, Lumex, weg hier. Komm, Lumex. Komm, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Ich habe keine Pfeile mehr, ich bin geschwächt jetzt. Ja, wir haben jetzt Krieg, wir machen uns fertig, Junge. Bro, die haben wir maximal Hops genommen. Ey, aber warum bin ich so schnell gestorben, Junge? Ja, Bro, weil du eine Noob-Rüstung hast, ey. Muss ja mal krass werden. Du hast die platt gemacht, Alter. Ey, die verfolgen uns, die verfolgen uns noch. Ey, jetzt seid's mir. Ich habe keine Pfeile mehr, hast du Pfeile? Nein, nein, aber egal, komm, wir machen die fertig, komm. Komm, Schwertkampf, Schwertkampf. Gib mir mal mein, hast du mein Schild noch oder hat das Alpha? Es hat Alpha-Steine jetzt, egal. Okay, okay, komm, Schwertkampf, Schwertkampf, Schwertkampf. Schwertkampf, okay. Die kommen, die kommen, die kommen, Ente, los! Lumex, das hinkt du! Wir können chancen uns, Lumex. Ich schnapp mir Ente! Nein! Ente, la, Ente! Ja, Ente! Ich schnapp mir Ente! Los, 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 auf Alfi, auf Alfi, auf Alfi! Er nimmt sich mit uns an, Junge! Stark, 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 stark. Er slow, er slow, er slow. Nochmal Hit. Er kriegt gute Hits. Gute Hits, gute Hits. Gute Hits. Gute Hits. Jetzt, 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 hau ihn weg, hau ihn weg, hau ihn weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mit 3-Zack, zack! Schnell hinterher, 3-Zack, guter Call, guter Call, guter Call. Er slow, er slow, er slow. Alfa-Klan hat keine Chance. Er hat Perle geworfen, er hat Perle geworfen. Ach, Bro, er haut wieder ab. Er haut wieder ab, er hat Perle geworfen. Aber im Wasser, im Wasser, im Wasser können wir ihn auch holen mit 3-Zack. Easy, 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 komm, komm. Komm, hinterher, hinterher, schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, Leute. Heute ist so eine Action-Folge, heute ist so eine Action-Folge. Lumex, warum? Das habe ich euch getan! Bro, du bist einfach Alpha-Klan, Junge. Ihr habt schon alles genommen, ihr habt nix mehr! Meine ganze Familie! Sehr gut. Meine Familie, meine Familie! Ihr habt mir schon alles genommen! Pack ihn! Ich habe doch nix mehr! Na gut, Lumex, komm, lass ihn, lass ihn laufen, Lumex, lass ihn laufen. Ja, der Arme. Der hat genug, der... Guck mal, wie er jetzt Angst hat, weil er Angst hat. Jetzt schießt er wieder. Okay, okay, jetzt reicht's. Wir wollten nicht gerade laufen lassen, wir wollten nicht gerade laufen lassen. Ihr seid nicht mehr sicher auf der YouTuber-Endsee! So, komm, direkt. Wir wollten ihn laufen lassen, ihr habt's gesehen, Leute. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Hier, Lumex ist an ihm dran. Ich hab euch behandelt wie meine Kinder! Was für Kinder, Alter, was fasst du? Bro, wir haben schon von Anfang an, wie, was fasst du? Du warst für mich wie ein Bruder, Max! Ich bin enttäuscht von dir! Seit du meine Base hier erobern wolltest. Was war ja alles? Lörd, Händenbrunnen, hat euch überhaupt nix getan! So, Alpha-Clan, das ist jetzt hier mal ne Lektion für euch, Junge! Ja, das reicht, haut jetzt ab, bitte! Ja, komm, Lumex, Lumex, lass gut sein. Lass gut sein, lass gut sein, Bro. Komm, komm, komm. Ich hab auch keinen Pfeile, keinen Gold-Eps mehr. Boah, er schießt wieder auf mich, Digger! Ja, ist, Bro, was willst du von ihm erwarten? Das ist ein Ehrenloser. Aber hat er mein Bergerritterschild? Ja, das müssen wir ins Spiegel wiederholen. Nein, okay, warte, eigentlich muss ich ihn noch mal packen. Komm, lass ihn noch mal angreifen. Ja, komm, wir müssen eigentlich... Alpha-Stein, Alpha-Stein, stopp! Warte, nein, hör zu! Gib mir mein... Was willst du? Ich rede nicht mit dir! Ich will mein Bergerschild noch haben, Ben! Gib das Paul-Bergerschild, Junge! Gib das Paul-Bergerschild! Okay, dann killen wir dich. Wenn du es nicht gibst, killen wir dich. Gib das Bergerschild! Fick dir nicht! Willkommen, ich bin Sieger-Kramax, unbesiegbar auf der YouTuber-Indre! Von was träumst du nachts, ey? Er ist low, komm, wohin jetzt! Er ist low! Hau ihn weg! Er kann nicht mehr viel haben, Bro! Er ist so low, Bro! Er hat doch nicht mal Gold-Apfel! Doch, er hat Gold-Apfel! Was ne? Oh mein Gott! Er hat Gold-Apfel? Ja, er hat Gold-Apfel. Verdammt. Ey, Bro, er gibt doch nicht auf, ne? Gib mein Berger-Ritterschild, Junge! Ich geb dir gar nix! Ey, wie lange soll das doch weitergehen? Ich wumme, Sieg mal, Mann! Lass mich! Komm, Lumex, ist egal. Soll er das Schild nehmen? Alles gut, lass ihn das Schild nehmen. Ist egal, soll er das Schild nehmen, Lumex? Ist egal. Aber auf jeden Fall war es trotzdem extrem erfolgreich. Wir haben es den übelst gezeigt. Wir haben die Base von denen zerstört. Alles, ey. Alter, das war's schon. Das war's schon. So schnell greift er nicht mehr an. Ja, das glaub ich auch nicht. Der hat seine Lektion bekommen. Also, ich muss ehrlich sagen, Lumex, guten Job hast du gemacht. Kannst auf jeden Fall, wenn du willst, kriegst ein Grundstück in Paul-Berger-Hills. Bist einer von uns jetzt. Oha, ja, Mann! Nice, okay. Endlich bin ich nicht mehr im Alpha-Clan. Kannst dir da was aussuchen. Ja, das glaub ich. Ja, ich komm dann später nach, ja. Okay, bis später. Bis später. Ciao. So, Leute. Und wir gehen jetzt erst mal wieder zurück nach Paul-Berger-Hills, Freunde. Das war auf jeden Fall richtig viel Action heute. Der Alpha-Clan hat auf jeden Fall gut kassiert. Ich glaub, die werden sich nicht mehr mit uns anlegen, Leute. Lasst auf jeden Fall gerne jetzt mal ein Like und ein Abo da. Da vorne ist Paul-Berger-Hills. Dann sind wir auch schon wieder zu Hause. Checkt die Paul-Berger-Limo aus, Leute. Checkt meinen Shop aus. Da gibt's bis zu 30 Prozent diese Woche. Wegen der Black Week. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Beuer Cryme next. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017